Ein neuer Tag im Dschungel und ganz Deutschland fragt sich Welches Spiel spielt Dani Büchner? Weißt du, nur weil ich Reality TV mache und da stellen die mir, dass ich immer die Kameras im Blick habe und immer ganz genau weiß, wo die sind. Warte mal, du hast doch was auf der Linse. So, jetzt ist Sven. Kannst du mir die Frage nochmal stellen, so zum Reinkommen? Dann setz dich da nochmal an, dann kannst du das besser schneiden. Tja, zu viert nur zwei Sterne? Hm, ich habe ja alleine teilweise vier Sterne geholt. Also hätten die zusammen eigentlich 16 holen müssen. Oh mein Gott. Aber tja, bitteschön. Hochmut kommt vor dem Fall. Jetzt sehen die mal, was ich hier die ganze Zeit für unmenschliche Höchstleistung geleistet habe. Ohne mich werden ja doch alle schon längst verhungert. Aber Dankbarkeit? Puh, Fehlanzeige. Ich mein, die könnten ja wenigstens mal ein Strauß Blümchen pflücken oder einen Kuchen backen. Oder mir eine Medaille schnitzen oder ein Denkmal. Aber nein. Undankbares Pack. Und dann sagen die zu mir, ich bin aggressiv? Hä? Ich bin aggressiv und mache hier nur eine Show? Wo mache ich denn eine Show? Die sagen zu mir, ich bin nicht kooperativ und ziehe die ganze Gruppe runter. Sag mal, geht's noch? Hä? Entschuldigung. Ich bin 41 Jahre alt. Pass mal auf, wie du redest. Ich hätte hier alle geboren können oder wie das heißt. Ich gehe mal wieder ins Camp, die Stimmung runterziehen. Bis später. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer wird Danny oder Danny des Dschungels?